Vorsicht, Depressionsfalle, Rentenbeginn, das Empty-Desk-Syndrom. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, man soll es nicht glauben, viele wünschen sich ja oder sehnen sich ja den Rentenbeginn her, das Ende des Berufslebens und auch den Eintritt in die Altersrente, in den Ruhestand, um dann sozusagen nochmal richtig loszulegen. Aber, man wird es auch nicht glauben, dieser neue Lebensabschnitt bringt für viele tausende Menschen, Betroffene sogar, muss man sagen, völlig neue Herausforderungen. Und zwar leiden diese Menschen unter dem sogenannten Empty-Desk-Syndrom. Das heißt also, nach Beginn des Ruhestands fällt der Job weg und die fallen in ein ganz, ganz tiefes Loch rein. Und genau hier liegt das ganz große Problem bei diesem, bei diesem sogenannten Empty-Desk-Syndrom. Gehen wir einfach mal der Reihe nach. Also, viele Leute gehen in Rente oder wollen in Rente gehen und machen dann immer denselben Fehler oder häufig den gleichen Fehler. Und zwar unterschätzen die einfach diesen Rentenbeginn, diesen Renteneintritt. Was passiert? Diese Menschen haben einen Job, eine berufliche Tätigkeit, die sie erfüllt, für die sie jahrzehntelang arbeiten, ackern, schuften. Die haben dort auf ihre Arbeit auch soziale Kontakte geknüpft, zum Beispiel bei Berufskollegen. Die fühlen sich da wohl. Da sind vielleicht sogar auch schon sogenannte Freundschaften entstanden. Und diese Identitätswahrung mit dem Job bricht automatisch weg, indem die Rente beginnt. Wenn die also nicht weiterarbeiten bei Rentenbeginn, sondern dann in den Ruhestand gehen, ist Schluss. Das heißt also, dann fällt sozusagen diese soziale Funktion, diese Identität mit der Arbeit mit einem Schlag weg. Und das trifft dann viele Betroffene wirklich sehr, sehr hart. Und die können dann richtig echte Probleme bekommen. Und da sollte man letzten Endes wirklich vorsichtig sein mit den romantischen Vorstellungen beim Rentenbeginn. Das ist nichts anderes, als dass man im Grunde genommen, wenn man das so will, seinen Job verliert und dann einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Wenn man da nicht ordnungsgemäß vorsorgt, kann man in eine solche soziale Lehre bis hin zum Suizid einfallen. Und das muss nicht sein. Meine Damen und Herren, wer sich wirklich da ganz stark mit seiner beruflichen Tätigkeit definiert, der sollte da echt aufpassen und auch aus meiner Sicht wirklich echte Freundschaften außerhalb des Berufs auch pflegen und aufbauen. Meine Damen und Herren, das MT-Desk-Syndrom ist keine eigenständige Krankheit. Man kann es vielleicht als psychosomatische Erkrankung begreifen, aber es hat keine eigene Krankheitsnummer nach den ICD-Nummern. Nein, sondern das MT-Desk-Syndrom kann sich letzten Endes in vielerlei Erkrankungsarten nach Rentenbeginn zeigen. Also das sind zum Beispiel Rückenschmerzen, Allergien, Essstörungen, Alkoholismus, Tabletten- oder Drogensucht, Herzbeschwerden, Depressionen bis hin zu Selbstmordgefährdungen, Selbstmordgedanken und auch Suizid. Also da sollte man wirklich völlig aufpassen, dass man hier nicht in ein solches tiefes Loch fällt. Wer die Chance hat oder wer da nicht reinfallen möchte und weiß, dass sozusagen irgendwann mal Schluss ist, der muss eigentlich letzten Endes gegenbauen, der muss gegenarbeiten, muss sagen, okay, neue soziale Beziehungen knüpfen, Hobbys pflegen, einfach was Neues lernen, Sport treiben nach dem Rentenbeginn oder auch vielleicht einen neuen Job machen. Ein Ehrenamt machen, alles solche Dinge, die letzten Endes dazu führen, dass sie nicht in diese Geschichte reinfallen und das sogenannte MT-Desk-Syndrom haben. Wer da reingefallen ist, der sollte bitte wirklich tatsächlich zum Arzt gehen, zum Psychologen, Psychiater oder aber auch mit bekannten Freunden sprechen und hier letzten Endes sich helfen lassen. Ich denke, niemand muss Alkoholiker werden, nur weil er in den Ruhestand geht und wird in ein tiefes Loch fällt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Nöppel.